Hey Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten Hoverboards auf dem Markt kennenlernen. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit sortiert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder unten auf das Glockensymbol zu klicken, um als Erste über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 3 steht das Premium Hoverboard Blueville HX 310 Sekunden. Erhebt euer Fahrerlebnis mit dem Blueville HX 310 Sekunden, einem hochmodernen Premium Hoverboard von einem renommierten deutschen Qualitätshersteller. Dieses Hoverboard ist nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein schlankes und funktionsreiches Wunderwerk, das euch ein außergewöhnliches Fahrerlebnis bietet. Egal, ob ihr erfahrene Fahrer oder Anfänger seid, dieses Hoverboard hat für jeden etwas zu bieten. Sicherheit steht an erster Stelle, besonders für junge Fahrer. Der HX 310 Sekunden verfügt über einen dedizierten Kindersicherheitsmodus, der es Eltern ermöglicht, Geschwindigkeitsbegrenzungen festzulegen und ein sicheres und kontrolliertes Fahrerlebnis für ihre Kinder zu gewährleisten. Die Gewissheit ist nur einen Fingertipp entfernt. Erlebt eure Fahrt wie nie zuvor mit dem integrierten Bluetooth-Lautsprecher. Synchronisiert euer Smartphone mit dem Hoverboard, spielt eure Lieblingstitel ab und taucht in die Musik ein, während ihr herumfahrt. Die Kombination aus hochwertigem Klang und dem Gefühl des Schwebens schafft eine einzigartige und aufregende Atmosphäre. Verbessert euer Fahrerlebnis mit lebendigen LED-Lichtern vorne und an den Seiten des Hoverboards. Diese auffälligen Lichter sorgen nicht nur für ein steilisches Aussehen, sondern verbessern auch die Sichtbarkeit, was nächtliche Fahrten sicherer und angenehmer macht. Das Bluewheel HX 310 Sekunden ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich. Sein Elektromotor ist energieeffizient und produziert keine Emissionen, was es zu einer umweltverantwortlichen Wahl für die persönliche Fortbewegung macht. Auf Platz 2 haben wir das Bluewheel HX 510 Premium. Macht euch bereit für ein außergewöhnliches Abenteuer mit dem Bluewheel HX 510, einem erstklassigen Offroad SUV-Hoverboard, das die Art und Weise, wie ihr persönliche Fortbewegung erlebt, neu definieren wird. Dieses von deutschen Ingenieuren entwickelte Wunderwerk ist nicht nur ein Hoverboard, sondern auch ein Allterrain, Allzweck-Elektro-Skidboard, das modernste Technologie mit unübertroffener Qualität kombiniert. Deutsche Qualitätsmarke Bekannt für ihre Präzisionsarbeit und ihr unerschütterliches Streben nach Exzellenz, präsentiert Bluewheel das HX 510, ein Zeugnis höchster Qualitätsstandards in der Branche. Vertraut auf das Erbe der deutschen Marke in Sachen Innovation und Handwerkskunst. Kindersicherheitsmodus und App Sicherheit steht an erster Stelle, besonders für junge Fahrer. Das HX 510 verfügt über einen Kindersicherheitsmodus, der Eltern ermöglicht, Geschwindigkeitsbegrenzungen festzulegen und ein sicheres und kontrolliertes Fahrerlebnis für Kinder zu gewährleisten. Zusätzlich hält euch die integrierte Smartphone-App auf dem Laufenden, indem sie Echtzeitinformationen über den Batteriestatus, die Geschwindigkeit und Anpassungsoptionen eures Hoverboards liefert. High Fidelity Bluetooth Sound System Verwandelt jede Fahrt in eine musikalische Reise mit dem integrierten Bluetooth-Lautsprecher. Synchronisiert euer Smartphone mit dem Hoverboard, und eure Lieblingstitel begleiten euch auf euren Erkundungstürren. Das High Fidelity Sound System verbessert eure Fahrt und macht sie angenehmer und eindringlicher. Auf Platz einhaben wie die Evercross Hoverboards mit Kart. Seid ihr bereit für eine aufregende Reise, die den Nervenkitzel des Hoverboard-Fahrens mit dem Komfort eines GoCats kombiniert? Trefft die Evercross Hoverboards mit Kart, ein dynamisches Duo, das dazu entwickelt wurde, die Art und Weise, wie Teenager und erwachsene Abenteuer im freien Erleben, neu zu definieren. Hebt euer Hoverboard-Fahren auf die nächste Stufe mit dem mitgelieferten GoCat-Aufsatz. Installiert ihn einfach auf eurem Hoverboard, um eure Fahrt in ein aufregendes GoCat-Erlebnis zu verwandeln. Der bequeme Sitz und die intuitiven Steuerelemente des Karts ermöglichen es euch, mit Präzision und Stil zu fahren, zu lenken und zu driften. Bleibt während eures Abenteuers vernetzt und unterhalten mit den integrierten Bluetooth-Lautsprechern. Synchronisiert euer Smartphone mit dem Hoverboard, spielt eure Lieblingsmusik ab und genießt einen Soundtrack, der die Stimmung eurer Fahrt bestimmt. Die dedizierte Smartphone-App ermöglicht es euch außerdem, die Leistung eures Hoverboards zu überwachen und anzupassen, um ein personalisiertes Fahrerlebnis zu gewährleisten. Sicherheit steht an erster Stelle, besonders für jüngere Fahrer. Evercross legt großen Wert auf die Sicherheit der Fahrer mit Funktionen wie rutschfesten Fußpads, LED-Lichten für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und einer robusten Konstruktion, die den Strapazen von Outdoor-Abenteuern standhält.